Für die Freunde von Retrodesign und alten Rennrädern gibt es in 2016 von Riese & Müller einen besonderen Leckerbissen, den Roadster. In klassischer Rennradoptik haben wir ganz moderne Fahrtechnik verbaut. So kommt der drehmomentstarke Bosch Performance Antrieb zum Einsatz, je nach Version mit 25 oder 45 kmh Unterstützung. Hochwertig auch die weiteren Komponenten, wie etwa die Shimano Sora 9-Gang-Kettenschaltung, Magura MT4-Scheibenbremsen oder Schwalbe G1-Bereifung. Mit dem Abus Amparo ist auch ein mit dem Akku gleich schließendes Rahmenschloss an Bord. Elegante Designlösung. Harmonisch ist das Rücklicht in das Schutzblech integriert. Das Riese & Müller E-Bike Roadster wiegt 22 kg und kostet als 25 kmh Pedelec 2799 Euro beziehungsweise als 45 kmh S-Pedelec 3199 Euro. Erhältlich in den Farben Schwarz, Oxidrot und Lichtblau.